Einen Flowschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Das ist sogar ein zusätzliches Video mal diese Woche, denn es gibt eine Neuerung und die ist so geil, dass ich sogar ein Video darüber mache. Heute kurz vor 2 hat Syntax eine News bekannt gegeben und die wird die meisten wahrscheinlich sehr erfreuen. Ihr könnt jetzt auch ohne MrMod Möbel auf dem Server sehen. Damit ich euch das Ganze mal zeige hier, ihr seht gerade, ich bin mit LevyMod ganz normal drin. Es gibt nämlich jetzt eine Forge basierende Version dieser Mystery Blocks. Ich zeige euch das auch mal, dass es hier funktioniert. Hier sehen wir schon die Matten, dann haben wir hier eben eine Xbox, dann haben wir hier einen Fernseher, die ganzen Sofa, Radio, Telefon und wie ihr das Ganze macht. Das ist komplett einfach, zeige ich euch jetzt. Hier sind wir bereits auf der MysteryMod Custom Blog Seite von CurseForge. Ich verlinke euch mal Forumsbeitrag, sowohl, aber nochmal extra diesen Link hier in der Beschreibung. Hier sehen wir schon, MysteryMod Custom Blogs GrieferGamesNW hat bereits 1,4000 Downloads. Wir brauchen nicht hier auf Install klicken. Ich zeige das jetzt für die Leute, die schon Forge haben, für die nicht. Ich nutze ja LevyMod, das heißt, wenn ihr LevyMod mit Forge nutzen wollt, dann macht ihr das über den LevyMod Installer. Hier klicken wir einfach mal auf Download und dann solltet ihr hier mal ganz kurz warten und dann sollte sich das Ganze von alleine downloaden. Wenn das nicht funktioniert, dann einfach hier Try Again klicken und dann sollte es klappen. Die Datei, die ihr jetzt runtergeladen habt, müsst ihr einfach nur bei euch in den Mods Ordner tun. Dafür müsst ihr ganz einfach Windows Taste von R klicken. Dann kommt hier so ein Feld, dann klickt ihr Prozent AppData Prozent auf OK. Habt ganz oben Punkt Minecraft, dann geht ihr in den Mods Ordner und dann packt ihr hier die MysteryMod Blogs rein. Dann startet ihr einfach das Spiel neu oder wenn es zu ist, dann startet ihr es einfach und dann könnt ihr die ganzen Blöcke im Spiel sehen. Und das Geile ist, ihr könnt jetzt nicht nur die ganzen alten, sondern auch allgemein alle neuen sehen. Zum Beispiel hier die Halloween Items, die seht ihr. Ihr seht die ganzen neuen vertikalen Stufen, Redstone Lampen, Dekoration, Aufzüge. Die ganzen neuen Stufen, ihr seht einfach wirklich alles, was ihr auch im MysteryMod seht. Hierfür auf jeden Fall Props an die Leute, die das umgesetzt haben. Richtig geil. Wie findet ihr ganze Sache? Schreibt es mal in die Kommentare. Bewertet gerne das Video. Wir sehen uns 17.30 Uhr auf Twitch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao Leute. , bis dann. Bis dann. Bundes nude und super. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.